Herzlich Willkommen auf Tobis Farm. Heute zeige ich euch einmal meine Shier-Farm und wie man denn Shier farmt. Es wird hier auf jeden Fall nicht Mining genannt, sondern es ist Farmen oder Plotten, je nachdem. Ihr seht hier einmal die Shier-Software und hier werde ich euch einmal ein bisschen was zeigen. Eigentlich wollte ich auch die Kamera anmachen, aber das war ein bisschen instabil und der Shier-Klein ist abgestürzt. Dementsprechend ist hier das Ganze gerade nicht not synced, also ist nicht verbunden. Beziehungsweise nicht synchronisiert, sagen wir es so. Er synchronisiert gerade noch, verbunden ist er ja, steht er da. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch das Ganze mal zeigen, wie es funktioniert. Und zwar, wir haben hier den Shier-Klein, den könnt ihr runterladen, müsst ihr einfach mal googeln. Ihr seht hier den Network-Namen, die Zeit und so weiter und so fort und die maximale Kapazität, die aktuelle Kapazität des ganzen Volumens des Shier-Netzwerks. Also das sind hier 2481 EIB. Also wer mal wissen will, was EIB ist, also wie groß das ist, der kann gerne mal googeln. Und ihr werdet echt erstaunt sein, wie viel Daten da schon drin sind. Und das Netzwerk wächst auch richtig krass. Also es ist richtig krank, was da momentan abgeht. Ja, dann haben wir hier einmal die Wallet. Und da wird dann irgendwann hoffentlich mal auch was drin sein. Und dann kommen wir zum wichtigsten Punkt und zwar sind das die Plots. Hier seht ihr gerade Not Available. Das ist aber, weil das Ganze nicht synchronisiert ist. Ich habe schon ein paar Plots drin, die hier gerade fleißig am Farm sind, wenn es dann synchronisiert ist. Aber das dauert ein bisschen. Hier seht ihr, ich bin gerade schon am Plotten. Und sobald ihr plottet, seht ihr hier auch gerade, wird die SSD ausgelastet. Und das kann auch schon mal ein bisschen höher gehen. Und man muss bedenken, dass eine GameX S70, die kann über 7000 MB. Je nachdem, wie groß die Daten halt sind. Und ihr seht, die springt auch mal ziemlich hoch. Was heißt ziemlich hoch? Bis zu 1000 MB, je nachdem. Die CPU-Auslastung kann auch schon mal ein bisschen höher gehen. Liegt aber auch daran, dass ich dem gerade 16 Threads zugewiesen habe für das Plotten. Und dann noch ein bisschen Arbeitsspeicher. Man sieht ja, der Arbeitsspeicher ist auch was ausgelastet. Die HDDs werden hier in dem Moment nicht ausgelastet, weil aktuell halt nichts drauf verschoben wird. Wenn die Plots fertig sind, dann wird das auf die HDDs geschoben. Das kann ich euch auch einmal zeigen. Und hier seht ihr dann quasi die Plots. Also ich habe hier immer einen extra Ordner für gemacht, für jeden Plot. Muss man so nicht machen. Ich habe es gemacht, obwohl es eigentlich total Quatsch ist. Aber gut, unerfahren am Anfang. Und ihr seht ja auch immer in den Plots, wie viel Threads ich gleichzeitig gestartet habe. Und so weiter und so fort. Hier seht ihr einmal den Cache. Und den ballert ihr euch auch richtig voll. Also die Dateien werden richtig groß. Und ihr solltet wirklich darauf achten, dass ihr eine große 1.2-SSD habt. Zum Beispiel meine SN850 mit 500 GB, die ist schon voll gelaufen, weil ich dann so viele Plots gleichzeitig gestartet habe. Aber das müsst ihr dann ja selbst herausfinden. Oder achtet einfach darauf, dass ihr nicht zu viel gleichzeitig macht. Aber da kommen wir dann auch schon zu dem Plot. Plot fügt ihr hinzu, indem ihr hier auf Add Plot draufklickt. Dann könnt ihr hier die Dateien auswählen. Aktuell ist K32 im Programm. Die anderen Dateien kommen wahrscheinlich dann noch, wenn das Netzwerk größer wird. Und dann seht ihr auch schon, wie groß das Ganze maximal werden kann. Aber wir nehmen aktuell 101,4 GB. Dann nehmen wir den Plot Count. Dann können wir sagen Plot in Parallel. Also dass er es parallel macht. Man kann zwei parallel oder auch vier oder fünf oder sechs. Je nachdem, wie stark euer Prozessor, wie viel RAM ihr habt. und wie groß eure SSD ist. Beachtet, dass er pro Plot dann halt immer 100 GB belegt. Dementsprechend, wie gesagt, die 512 GB war bei mir nicht groß genug, als ich das mit der SN850 gemacht habe. Ich nehme jetzt mal einfach nur einen hier, um euch das zu demonstrieren. Ihr könnt hier auch noch einstellen, dass er das quasi in einer Reihenfolge macht. Oder dass er hier auch ein Delay zwischen hat. Dementsprechend startet dann der nächste Plot nach 60 Minuten. Oder was auch immer ihr da einstellen möchtet. Ich mache jetzt einfach mal hier Plot 1. Plot in Parallel. RAM lasse ich so. Number of Threads lasse ich auch so. Ich wollte gleich noch ein bisschen zocken mit dem Rechner. Also er ist nicht nur fürs Plotten bei mir hier da. Und dementsprechend brauche ich noch so ein paar Threads fürs Zocken. Weil ja, wie ihr eben schon gesehen habt, vier schon am Plotten sind mit 16 Threads. Dementsprechend, ja, 12 Threads sollten noch ausreichen bei einem 5950 X. Dann lasse ich das mal so. Dann wählt ihr hier euren Cache aus. Ich nehme jetzt mal die SN850. Die reicht für einen Plot locker aus. Und dann sage ich hier einmal, in welchen Folder das reingehen soll. Ich nehme mal hier die Festplatte diesmal. Ich teile das immer so ein bisschen auf. Falls einer kaputt geht, dann ist nicht alles weg. Wie gesagt, das ist eigentlich totaler Quatsch, was ich hier mache. Ich habe aber jetzt einmal damit angefangen und mache es auch weiter so. Dann gehe ich auf Create Plot. Und dann seht ihr gleich, das dauert einen Momentchen. Kommt hier unten einer dazu. Hier seht ihr die maximale Größe, die ihr aktuell habt. Und wenn ihr dann unter Farm geht, dann seht ihr auch, wie lange ihr braucht. Also hier steht bei mir gerade Not Available. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie das dann aussehen kann. Also aktuell bei den Plots, die ich schon fertig habe, also das sind insgesamt 10 Stück. Da brauche ich ungefähr ein Jahr, um dann Gewinn zu haben. Aber man muss auch eins sagen, die Auslastung, die ihr hier seht, bei den Festplatten und auch beim Prozessor, die ist nur beim Plotten und nicht beim Farming. Also wenn ihr quasi mit den Plotten fertig seid, dann habt ihr noch das Farming und dann könnt ihr das quasi im Idle laufen lassen. Also da passiert nicht mehr viel. Das, was schwierig ist, ist das Plotten, dass ihr quasi die ganzen Plots zusammenbekommt, dass alles fertig ist. Weiß ich jetzt so 100 Plots oder 200 Plots. Und dann macht ihr wirklich schon ziemlich viel Geld. Bei 200 Plots müsst ihr halt diese 101 Gigabyte multiplizieren. Dementsprechend braucht ihr dann 20 Terabyte so roundabout. Jetzt nehmt mich nicht zu genau da. Damit macht ihr dann schon einiges an Geld. Müsst das Ganze natürlich im Idle laufen lassen. Und das heißt auch, ihr müsst nicht unbedingt 32 Terabyte haben oder so, sondern es reicht auch zum Beispiel in meinem Fall 18 Terabyte. Dann mache ich jeden Monat bei aktuellem Stand, muss man dazu sagen, mache ich immer ein paar Euro. Und hier seht ihr auch gerade, er ist gerade umgesprungen, Farming. Hier seht ihr auch, wie lange er braucht. Und hier seht ihr, dass er auch gerade auf Farming steht. Ja, das ist es soweit. Also wie gesagt, am Anfang braucht er ziemlich viel CPU-Power. RAM wäre auch nicht schlecht. Die SSD ist wichtig. Und zum Thema SSD, die GAMMX ist neu. Ihr kennt sie ja von meinem Video. Und seitdem war sie auch nicht oft in Benutzung. Außer für Mainboard-Tests. Oder ich habe mal ein Spiel installiert, aber ich zeige euch jetzt mal. Die läuft jetzt quasi seit anderthalb Tagen auf Dauer. Und ich habe hier schon 26 Terabyte geschrieben. Mal zum Vergleich, ich habe hier noch eine Samsung 69 Evo. Die ist schon 5, 6 Jahre alt. Schätze ich mal, sie nagelt mich nicht drauf fest. Das ist auf jeden Fall schon älter. Und hier seht ihr, was ich damit nur geschrieben habe. Also die Festplatte, die wird auf jeden Fall gegrillt damit. Muss man einfach so sagen, wenn ihr euch eine Festplatte dafür kauft, nehmt am besten zwei 1 Terabyte Versionen. Dann günstige, schnallt die in einen RAID. Dann wird die Auslastung ein bisschen verteilt. Die langsamen Festplatten, die haben auch eine höhere TBW. Also eine höhere Lebensdauer, was die Schreibrate angeht. Also eine GAMMX S70 würde ich ja nicht nehmen. Vor allem, ihr seht, die wird auch ziemlich warm. Lasst das sein. Das ist für mich so ein Experiment, wie lange hält die Platte. So werde ich euch dann auch nochmal ein Video zeigen. Achtet auf jeden Fall da drauf. Aber, wie gesagt, wenn die Plots einmal fertig sind und ihr das erreicht habt, was ihr wollt. Außer ihr wollt immer weiter hochspinnen das Ganze. Dann müsst ihr natürlich auch immer die HDDs erweitern. Aber wenn ihr das nicht möchtet, wenn ihr zum Beispiel, wie ich, bei 18 Terabyte bleibt, dann kostet es halt keine Leistung mehr. Und dementsprechend läuft das Ganze nur noch im Hintergrund. Und ihr müsst nichts mehr machen. Und das ist halt auch das, was der Skiererfinder damit meinte, dass das ein sehr effizientes System ist. Also stromsparender, ein grünes System. Da ihr ja eigentlich nur am Anfang die Leistung braucht und dann das Ganze halt im Hintergrund läuft und nicht wirklich Leistung kostet. Man muss aber dazu sagen, der Erfinder hat wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass die Menschen sehr gierig sind und dementsprechend immer mehr Plots haben möchten und alle Festplatten wegkaufen. Aber, da muss ich auch nochmal was sagen, man kann ja eigentlich froh sein als Gamer aktuell, dass sich das Ganze hoffentlich dahin verlagert zum Thema Festplatten, weil dann hoffentlich die Grafikkarten günstiger werden. Aber das ist so eine Vermutung von mir, nagelt mich wirklich nicht drauf fest. Ich wollte es euch auf jeden Fall mal zeigen. Meine Farm läuft. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie das Ganze denn so in ein, zwei Monaten ist. Da werde ich mal ein paar Updates machen. Auf Discord halte ich euch auch auf dem Laufenden bei mir. Kommt gerne vorbei. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr alles unten in der Beschreibung. Vielleicht müsst ihr mich ja auch bald nicht mehr unterstützen. Vielleicht kann ich ja bald Giveaways ohne Ende raushauen, wenn das Ganze profitabel ist. Kann aber auch sein, dass ich hier sehr viel Geld für die Festplatten und für den Strom hier in den Sand gesetzt habe. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.